aloha meine lieben und seid wieder herzlich willkommen zu einem neuen video ja herausfordernde energie das universum als kopiergerät ist heute der titel mein name ist evie kappler und ich freue mich euch hier wieder über meine stimme erreichen zu können das thema heute sind die energien und die damit verbundene symptomatik die sich aktuell zeigt ja das was energetisch so passiert ich gehe auf die derzeitige schumann frequenz auch ein das plejaden aufstiegsportal und die astrologischen konstellationen ich freue mich wie immer über ein like das teilen der message und wenn du auch lust hast seine wahrnehmungen oder gedanken als kommentar zu hinterlassen ist das immer sehr wertvoll für die anderen die das lesen und natürlich auch nicht an der stelle möchte ich mich wieder bei euch allen bedanken für die zeit die ihr mir schenkt für die dankbarkeit ja diese vielen vielen lieben kommentare euren energetischen ausgleich und wie ich finde sind wir so eine schöne community geworden die auch täglich wächst es kommen immer mehr menschen dazu und ja durch das was ihr einfach auch unter den beiträgen schreibt entsteht immer mal wieder ein schöner austausch und das finde ich sehr positiv wenn sich gleichgesinnte menschen treffen und so einen rahmen haben sich da ja einfach auszutauschen ja heute klingelte ja heute morgen schon klingelte die ganze zeit ein wort in meinem ohr und es war equilibrio ich konnte jetzt erst mal gar nichts damit anfangen und ich hatte heute auch gar nicht geplant ein video zu machen doch es ließ mir keine ruhe equilibrium steht ja für das gleichgewicht und ja was soll es uns sagen dass nicht nur im außen mit biegen und brechen ein gleichgewicht gerade wieder hergestellt wird sondern auch in uns in unserem inneren und wir und unser körper geist seele system sind gerade dabei mit ach und krach in dieses gleichgewicht zu kommen in unsere göttliche form könnte man auch sagen die balance wie wir es auch nennen möchten es ist auf jeden fall eine großartige sache und ja ich fand es sehr spannend dass genau dieses wort was zu im alltagsgebrauch benutze ich das ja gar nicht wie das eben so in meinen gehörgang gefunden hat und mich hier auch noch mal bestärkt hat dass dieser umbruch ja sich gerade in dieses gleichgewicht neigt und natürlich wird irgendwann wenn das gleichgewicht da ist wird es auch spannend sein wie sich das weiterentwickelt weil ein göttliches gleichgewicht ist ja gut aber nur ein gleichgewicht zu schaffen um dann trotzdem die dualität noch bestehen zu lassen ist ja nicht das wo wir hin wollen aber da geht es auch nicht hin ja das neue ist noch nicht ganz da und das alte macht viel krach beim sterben das hatte eckart tolle gesagt und es passt wie immer wunderbar wer oder was stirbt gerade alte marode systeme verkrustete angstmachende strukturen psychopathische konstrukte und so weiter das wird stück für stück transformiert und ich denke die ein oder anderen können von euch auch schon sehen dass dieser vorgang ja bereits ins rollen gebracht wurde die göttlich weibliche energie breitet sich zudem immer weiter und tiefer aus und durchdringt mit ihrer weichheit der liebe dem raum für dieses spirituelle wachstum was gerade so wichtig ist bei uns menschen sowie auch dem mitgefühl den planeten und auch wenn wir sowohl angst und spaltung noch im feld haben bekommen wir ebenso die chance über uns hinaus zu wachsen und dieses enorme wachstumspotenzial wird gerade von mehreren säulen getragen also erst mal haben wir ja das pleiadische aufstiegsportal welches uns mit den höheren frequenzen anhebt und dieses ist bereits fühlbar im in unserem system da komme ich gleich noch mal drauf zurück und dann haben wir ja mit dieser frequenz anhebung haben wir einiges zu tun und dieses portal begann so aus meiner wahrnehmung um den zwanzigsten zwölften mit der übertragung dieser energien und diese schwingungen sind sehr herausfordernd für unser ja vor allem für unseren physischen körper und so kann es sein dass du kopfschmerzen bis hin zu migräne anfällen bekommst oder bekommen hast eine ausgelaugtheit müdigkeit und schwere des systems gesellt sich dazu und wir fühlen uns morgens schon wie vom zug überrollt und sind nicht so wirklich leistungsfähig abends sind wir dann aber trotzdem unheimlich müde der schlaf ist auch nicht unbedingt erholsam und hat viele unterbrechungen wirre träume gedanken sowie endlose schleifen des nachdenkens das ist auch noch mal etwas ja was man mit atemtechnik auch gut wegbekommt aber auch das macht uns tatsächlich gerade etwas zu schaffen und weitere symptomatiken können sein gelenk und knochenschmerzen sowie verspannungen das lymphsystem arbeitet auf hochtouren und schafft es aber trotzdem nicht alles abzutransportieren und so gehören vielleicht geschwollene augen tränensäcke oder auch schwellungen an körperteilen gerade irgendwo dazu zumindest ist es die folge davon und mental fühlen wir uns auch ziemlich überanstrengt also so einfach so geistig gestresst nicht so ganz aufnahmefähig und überladen und hier ist es ganz wichtig und das betone ich deswegen explizit trinkt viel gutes reines strukturiertes oder anderes aufbereitetes wasser wenn möglich und gönnt euch auszeiten ruhephasen bewegt euch an der frischen luft und übertreibt es nicht mit den sportlichen aktivitäten vielerorts ist der körper auch strahlungen ausgesetzt und hier schaut dass ihr auch eure zellen entschlackt also dass ihr hier detox damit eben diese ja diese schlacken die sich einfach ansammeln mit der zeit dass ihr die mit spirulina chlorella das sind algen oder zeolit dass ihr das ist ein gestein dass ihr das eben ausleitet und esst wenn möglich auch basisch das ist für die jetzige zeit ja wichtig dann hatten wir und wie könnte es anderes sein zwischenzeitlich ein paar sonnenstürme und portaltage gerade die letzteren haben unsere um emotionen noch mal stark nach oben gebracht und es ist ja sowieso gerade die zeit die wahrheit kommt ans licht man kann ja machen was man will das ist einfach so die prägung der neuen zeit also verschleierung bringt hier nicht mehr viel so nach und nach ja erfahren wir alles und auch in uns selbst natürlich und mit dieser rückläufigen venus die jetzt noch bis zum 25 juni auf der position bleibt ist auch das verhalten in liebesbeziehungen oder anderen beziehungen grundsätzlich wo menschen eine engere verbindung haben ein etwas anderes und man kann hier auch sehr schnell an seine grenzen stoßen und auf rückzug gehen also es empfiehlt sich sogar manchmal auszeiten und stagnation und andere turbulenzen sind gerade keine überraschung und deshalb bewahrt euch hier einen kühlen kopf und wenn ihr merkt dass ihr zu explosiv werdet dann schützt euch und am besten ihr zieht euch dann da raus also wirklich auch selbst diesen rückzug wenn es ist veranlassen denn es ist sehr sehr viel für unser system und das ist ja nicht alles was was gerade passiert also es sind da noch ein paar andere sachen im morphischen feld und es kann sich schon so ein bisschen anfühlen wie eine Achterbahnfahrt auch merkwürdig da man einfach merkt dass die gemeinsamen Entwicklungen so entgegengesetzt laufen oder eben auch nicht mehr parallel zueinander gerade auch bei Liebespaaren und ja das kann dem ein oder anderen auch einfach komisch vorkommen dann geschieht noch etwas anderes im letzten Video habe ich ja von den wellenförmigen Bewegungen gesprochen wir entwickeln uns in diesen wellenförmigen jetzt ist meine Katze hierher gesprungen Moment wir entwickeln uns in diesen wellenförmigen ja wellenförmigen Bewegungen diese sind auch Frequenzen Energien aus dem Kosmos und auch Energien des kollektiven Schwingungsfeldes und darauf ist es zurückzuführen und ja wir sind sogar abhängig von dieser Entwicklung und diese kollektive Welle die jetzt seit ein paar Tagen angekommen ist und ja sie sie ein paar Tage dauert sie schon an die bringt uns auch wieder Klarheit und ist insofern anspruchsvoll da wir nicht nur mit unserer Vergangenheit der Kindheit und dem jetzt konfrontiert werden sondern auch mit Verletzungen und Blockaden aus alten Inkarnationen und so kann es sein dass du ja immer mal wieder ein Déjà-vu hast dich an etwas erinnerst also also an Erlebnisse aus deiner Kindheit von denen du gar nicht wusstest dass du diese Erinnerung überhaupt noch in dir trägst und dass sie irgendwo noch abgespeichert ist und ja das alles gehört jetzt integriert und auch die Zeitlinien spielen hier so ein bisschen rein und spielen hier so ein bisschen auch die Rolle da einige Menschen zwischen den Zeitlinien switchen und das gar nicht merken ja alles in allem ist es eine positiv verrückte Zeit und die Chance die sich uns jetzt bietet ist dass wir im Schnelldurchlauf diese Themen transformieren können also wir können sie in unser System integrieren somit Stück für Stück auch unsere Seele kompletieren und so findet und das ist ja das wo wir auch hinwollen die Vereinigung mit uns selbst wieder statt ja dann komme ich noch auf die Sonne zu sprechen die Sonne hat in diesen Tagen auch eine eine besondere Eigenschaft sie hält sich zwar jetzt noch ein bisschen zurück doch es fließen weiterhin Lichtcodes neue Energien und neues Wissen über das wir uns freuen dürfen und das Licht zirkuliert zudem schneller und das hat wiederum eine Auswirkung auf die Dualität weil die Dualität dadurch ein Stück zerbrochen wird das hat hier mit Licht und Schatten Anteilen zu tun es ist vielleicht jetzt in 3D noch nicht sichtbar da dort noch Schatten liegen doch diese werden erfolgreich verscheucht die werden durchlichtet und das ist eine sehr sehr schöne Entwicklung wie ich finde ja ihr Lieben ein paar Themen gibt es noch übergeordnet die wichtig sind und diese sind und da ist auch das Geschenk für uns dahinter Stabilität Aufmerksamkeit Selbstverantwortung Wertschätzung Achtsamkeit Achtsamkeit Respekt Respekt für unsere Mitmenschen und auch für uns und jetzt bitte gut zuhören ich weiß also ich ich kann es nicht oft genug sagen ich sage es auch immer wieder denn Energie folgt der Aufmerksamkeit und was bedeutet das wir für unsere Mitmenschen wir für uns und ich weiß dass ihr den Zugang habt und ich werde wirklich nicht müde das zu sagen da es bedeutet das Universum ist eine riesige Kopiermaschine unserer Gedanken wollen wir dass sich eine Sache ändert dann müssen wir aufhören die dazugehörigen Gedanken auf den Kopierer zu legen es liegt bei euch fangt an die Dinge zu kopieren die sich einstellen sollen in eurer Zukunft das was ihr haben möchtet zukünftig diese Visionen die dürft ihr zuhauf auf den Kopierer legen den Rest lasst lasst es einfach am besten in den Schredder damit ja Schumann Frequenzen wollte ich noch sagen also ich habe noch ein Bild beigefügt jetzt in dem Video und Schumann Frequenz also großartig wir sind auch hier im totalen Umbruch und diese Frequenzen verlassen den Normalbereich also das was wir jetzt ich meine es gibt immer wieder Ausschläge doch in der jetzigen Zeit sind die so abnormal also abnormal gut würde ich sagen das ist ja der Herzschlag der Erde der aus der Norm gerät und dies ist ein wundervolles Zeichen wir also Mensch und Tier sind an diesen Frequenzen noch nicht gewöhnt also das ist ja das was uns die neue Welt hier auch mitbringt und diese Frequenzen sind extrem für uns und die schlauchen uns auch nochmal extrem also das heißt hier kommen diverse Dinge die ich gerade aufgezählt habe die kommen hier zum Einsatz und vielleicht hat der ein oder andere von euch lieben auch das Gefühl dass hier einer mit der Keule um sich schlägt also es würde mich nicht wundern denn es ist anspruchsvoll es bleibt anspruchsvoll aber es ist der Wandel es ist der Umbruch und es ist die gute Zeit es kommt die goldene Zeit ja was fällt mir noch ein also Emotionen wie Jezorn, Wut und ja Wut trifft es glaube ich ganz gut das kann sich noch einstellen und was auch passieren kann es können wirklich Emotionen aus euch herauskochen die ihr gar nicht kennt wirklich so wenn ihr jetzt kein jezorniger Mensch seid dass ihr plötzlich so einen unglaublich großen Jezorn spürt also das sind versteckte Aspekte irgendwo die jetzt hier so raufkommen und wir können es im Schnelldurchlauf transformieren das ist das Schöne an dieser Zeit deswegen ihr Lieben schaut auf eure Gedanken Gedanken, Hygiene ja achtet insgesamt gut auf euch sorgt für euch, für euren Körper denn diese Herausforderungen an die dürfen wir uns noch gewöhnen und das ist völlig normal es ist völlig neu und deshalb gönnt euch einfach Auszeiten und Ruhephasen ja in diesem Sinne ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende einen wunderschönen Tag macht es gut achtet gut auf euch bis ganz bald Namaste eure Ivi bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal